Liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, ich bin es, aber heute nicht im TTT-Outfit und nicht als Moderator, sondern als Agrikulturist, also das heißt mit dreckiger Hose, vor dem Trecker, auf dem Rad sitzend, auf dem eigenen Hof. Und ich erfülle mir trotzdem einen alten Moderatorenwunsch, nämlich Moderatoren träumen immer davon, die eigene Frau präsentieren zu dürfen. Hier ist sie, Sonja, die Bäurin. Also wir sind hier in Hirschfelde bei Werneuchen, das liegt nordöstlich des Berliner Rings, ungefähr 14 Kilometer davon. Und wir haben 2004 hier einen kleinen Demeterhof gegründet, Muttertierhaltung, Galloways, Galloway-Rinder und Wasserbüffel, Zucht und ein paar Schafe. Demeter hat die Philosophie, dass man seinen Betriebsplan so gestalten soll, dass es ein geschlossener Kreislauf ist. Das heißt, ich habe so und so viel Fläche, so und so viele Bodenpunkte, das heißt Bonität, was kann mein Boden leisten? Und danach wird das Betriebskonzept ausgerichtet, sodass wir nichts von außen zukaufen müssen, sondern das, was wir für den Betrieb brauchen, selber erzeugen. Das heißt, wir erzeugen selber unser Futter. Wir haben so viele Tiere, wie das Land es verträgt. Das Land hier in Brandenburg hat sehr leichte Böden, wenig Nährstoffe. Dadurch muss man seine Konzeption dem anpassen. Der Vorteil davon ist zum Beispiel, dass wir sandige Böden haben, dass hier Kartoffeln gut wachsen, dass hier Spargel gut wächst, dass hier Futtergetreide gut wächst. Es wächst nicht gut Mais zum Beispiel, weil wir nicht genug Sonnenstunden, nicht genug Wasser haben. Die Muttertierhaltung ist für diese Böden hier sehr gut. Das heißt, wir verwerten das Fleisch der Tiere, weil diese Gebiete gute Weidegebiete sind. Das heißt, wir haben eine Grünlandwirtschaft. Wir müssen den Boden nicht quälen mit irgendwelchen Düngern, mit irgendwelchen Hochleistungspräparaten, sondern die Landschaft hier ist geeignet dafür, Tiere ganzjährig im Freien zu halten. Die Weiden, die beweiden diese Gebiete, die düngen durch ihren Dung diese Gebiete. Wir pflegen die Weiden, indem wir sie mulchen. Das Überständige, was sie stehen lassen, mulchen. Dann Ecken ab und zu neu einsehen. Wieder eine Mischung, die hier trittfest, die für sandige Böden, die für trockenes Klima geeignet ist. Und haben dadurch auch diese Rassen ausgesucht. Es gibt ja intensive Rassen und es gibt extensive Rassen. Und unsere beiden Rassen, Wasserwürfel wie Galloway Rinder, sind äußerst extensive Rassen. Das heißt, sie sind sehr genügsam. Man braucht keine Kraftfutterarie, damit die auf Gewicht kommen. Man kann das, was hier wächst, verfüttern und sie sind zufrieden, werden proper, kugelrund, bleiben gesund und haben die Leistung, die wir brauchen in der Landwirtschaft, um den Betrieb einfach gut zu führen. Unsere Tierzucht steht unter der Überschrift Wesensgerätze der Nutztierhaltung. Das Wesen dieser Tiere ist sehr verbindlich, sehr harmonisch. Sie sind auf Menschen sozialisiert. Sie lieben es, im Familienverbund zu sein. Sie sind zufrieden, ohne jegliche Aggressionen. Sie sind handzahm. Menschen sind für sie angenehme Erscheinungen. Das ist ja nicht für alle Tiere so. Auch das ist ein sehr wichtiges Kriterium für die Auswahl der Tiere. Und da wir nur zu zweit sind, diesen Betrieb leiten, müssen wir beide immer fit und gesund bleiben. Und dann muss man in die Herden gehen können, ohne dass man Bedrohung empfindet. Dadurch, dass wir unsere Tiere nicht anbinden, die immer frei leben, muss man mit ihnen so umgehen, dass es für beide Teile angenehm ist. Wesensgerechte Haltung bedeutet dem Wesen gerecht. Jedes Wesen, Menschen wie Tiere, wie Pflanzen, haben in ihrer Evolution ein gewisses Programm entwickelt, das sie ja im Hier und Jetzt ankommen ließ. Das heißt, das ist erfolgsversprechend. Sie brauchen ein Umfeld, ein gewisses, um sich gut entwickeln zu können und leistungsfähig zu sein, fröhlich zu sein. Und dieses Umfeld schaffen wir einfach. Du guckst dir an, was braucht dieses Wesen, um zufrieden leben zu können. Und dieses Environment geben wir ihnen einfach. Mehr braucht es nicht dazu. Wir sind bekennende Vatertierhalter. Die Bullen laufen immer mit in der Herde. Es ist ein Familienverband. Die Kälber kennen ihre Cousins, ihre Tanten, ihre Onkels, ihren Vater. Sie werden sozialisiert dadurch. Sie werden von uns nicht abgesetzt. Das heißt, sie bleiben so lange bei ihren Müttern, bis die Mütter selber sagen, es reicht, ungefähr neun Monate und das neue Kalb dann irgendwann später geboren wird. Wir greifen da nicht ein. Und die Probleme, die es in der Intensivlandwirtschaft gibt mit Abkalbung und Unfruchtbarkeit und verrückte Tiere, Euterkrankheiten, Fußkrankheiten, all diese Dinge gibt es eben bei diesen Rassen nicht. Und irgendwann hatten wir es einfach satt. Nach so vielen Jahren waren wir beide 45 und haben gesagt, wenn wir es jetzt noch einmal wissen wollen, ist es möglich, wesensgerecht, ökologisch, ökonomisch und ethisch vertretbar Lebensmittel zu erzeugen, dann müssen wir es jetzt beginnen. Und da gab es diese Gelegenheit, den Hof in Brandenburg zu erwerben. Und dann haben wir einfach angefangen, es einfach zu tun, um einfach zu versuchen, so eine wesensgerechte Nutztierhaltung zu beweisen. Und so sind wir dabei geblieben bis heute, ja. Das Besondere ist, dass dieser Hof nur existiert, weil wir die Arbeitsteilung haben, dass ich das notwendige Geld, das investiert werden muss, damit man überhaupt Landwirtschaft betreiben kann, ich in den Medien verdienen kann. Und meine Frau diesen Idealismus und dieses Know-how und dieses Fachwissen hat, es dann auch zu betreiben. Das zweite Besondere ist, dass Sonja puncto Tierhaltung, glaube ich, fast alles schlägt, was es in Deutschland gibt. Also die Tiere werden sehr, sehr lebensnah gehalten. Und das Besondere, worauf ich sehr stolz bin, obwohl es ja das Werk Sonjas ist, nicht meines, aber trotzdem bin ich stolz darauf, ist die Form, wie die Tiere vom Diesseits ins Jenseits gehen. Also wir sind bekennende Anhänger des Lebens vor dem Tode. Das heißt, der Deal ist, die haben ein sehr, sehr gutes Leben und verlassen dieses Leben natürlich dann, wenn wir, die Bauern, es bestimmen, damit man sie essen kann. Und die gehen aber eigentlich so, wie ich auch sterben möchte. Nämlich, die sagen gerade, irgendwie würde ich jetzt Ihnen die Frage beantworten und in der nächsten Sekunde wäre der Heckenschütze da und ich wäre schon tot, also ohne es zu merken. Das heißt, Sonja hat das durchgesetzt, auch in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Amtstheats, dass der Kugelschuss auf der Weide, so nennt sich das offiziell, möglich ist. Und da hat sie einfach viel Pionierarbeit geleistet. Dieselben Firmen, die heute Kunstdünger, Pestizide, Fungizide, Erbizide erzeugen und in großen Mengen absetzen in der Landwirtschaft, entwickeln auch die Medikamente für die Menschen, die dann mit den Stoffwechselerkrankungen, den Allergien zu kämpfen haben. Nicht jetzt, in 20 Jahren. Wenn Sie wissen, dass ein Medikament ungefähr 20 Jahre zur Entwicklung braucht, kann man sich ungefähr vorstellen, was da in den Forschungsabteilungen läuft. Also es werden heute Belastungen Menschen zugemutet, die natürlich nicht gleich umfallen oder grün oder gelb im Gesicht werden, aber in 20 Jahren die Leiden haben werden, die sie sich jetzt quasi anfuttern. Und dann ist das Angebot dann von Bayer und Merckx und weiß ich, die richtigen Medikamente zu haben und die wieder zu heilen, nicht? Und dem möchte ich gerne vorbeugen. Ein zweites Kapitel möchte ich sagen, es ist aber teuer. Wenn Sie ausrechnen, was Sie heute und in 20 Jahren ausgeben werden, um diese Erkrankungen zu heilen, würde ich doch lieber sagen, ich gebe es heute aus, reduziere meinen zum Beispiel Fleischgenuss auf zwei, dreimal die Woche, wie es früher auch war, ist es auch gesünder und nehme dafür vom Besten. Das ist eigentlich mein Anliegen, weil es ja nicht nur gesünder ist, es schmeckt auch besser. Ist so. Das ist eigentlich mein Anliegen, weil es ja nicht nur gesünder ist,